Das Klimagesetz ist ein guter Gegenvorschlag zur Klimainitiative, um das Netto 0-20-50-Ziel zu erreichen. Es macht uns aber auch unabhängig vom Ausland, also insbesondere von Erdöl und Gas. Wir merken jetzt in diesen Zeiten, wie wichtig das ist. Es geht auch in Richtung mehr Erneuerbare, Energieeffizienz und Energieeinspeicher. Ein guter Schritt in Richtung Richtung für mehr Klimaschutz. Untertitelung des ZDF, 2020